So machst du den perfekten Pizzatoast in nur 10 Minuten. Hallo Leute, heute testen wir ein Pizzatoast-Rezept von TikTok. Zuerst müsst ihr das Backpapier auf das Backblech drauf tun, dann Brötchen, dann Tomatensauce, dann Käse, also entweder Emtal oder Grilleur, dann Salamischeiben, dann müssen wir jetzt Zwiebeln schneiden, also wir haben jetzt eine ganze Zwiebeln benutzt, aber es war auch viel zu viel, also so eine halbe Zwiebeln genügt, und ihr seht, wir haben jetzt immer viel Zwiebeln drauf getan, dann nochmal Käse, also Grilleur oder Emmentaler, dann müsst ihr Mozzarella drauf tun, wie es ist ja eine Pizza. Wow!